Hallo und ganz herzlich willkommen bei CyborgSoft. In den letzten Stunden bzw. Tagen gab es etwas Verwirrung um das Microsoft Insider Programm von Windows 10. Es hat sich schon die Frage aufgetan, ob die Windows Insider jetzt ein kostenloses Upgrade auf die RTM Version von Windows 10 erhalten oder nicht. Microsoft hat heute die ganze Sache klargestellt und um die Klarstellung geht es jetzt hier in diesem Video. Die erste Meldung, die kennen wir schon und zwar ist das Ganze so, dass alle die Nutzer, die eine gültige Windows 7, Windows 8 oder Windows 8.1 Lizenz besitzen, die können auf Windows 10 kostenlos updaten. Und damit ist der ganze Wirbel eigentlich schon vorbei. Für die Windows Insider gilt jetzt folgendes. Solange man sich im Windows Insider Programm bewegt und die Preview Builds herunterlädt, werden diese auch wie bisher mit einem generärischen Produktkey automatisch aktiviert. Die Builds haben dann ein, wie ihr schon wisst, Ablaufdatum. Das könnt ihr im Windows About Dialog ablesen. Aber bevor dieses Ablaufdatum erreicht ist, gibt es ja immer wieder eine neue Bild von Windows 10 und dieses Ablaufdatum wird dann logischerweise nach hinten rausgeschoben. Windows 10 bleibt also in diesem Rahmen, in diesem Preview Programm also immer eine Testversion, kann aber trotzdem kostenlos genutzt werden. Solange man eine neue Version der Preview immer installiert, kann Windows 10 also über Jahre hinweg kostenlos verwendet und auch aktiviert genutzt werden. Unter dem Strich ist das Ganze also so, wir bekommen Windows 10 kostenlos für ein Windows Insider Programm, wenn wir ständig die neuen Windows Previews laden. Das war das Ganze von Microsoft. Ihr könnt euch die ganze Microsoft-Meldung im Klartext nochmal durchlesen auf einer Microsoft-Blog-Seite. Ich habe den Eintrag hier mit verlinkt. Das war es eigentlich dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.